Grüß Gott und herzlich Willkommen zum Trailer oder zum Aperitif von Flaschendreh. Flaschendreh, was ist das? Das ist ein duellantes Weinformat im World Wide Web. Funktioniert ganz einfach, wir verkosten für Sie zwei Weine, wie schon gesagt in Duellform. Wir werden das ein bisschen bewerten, unseren bewerten oder weniger bewerten önologischen Senf dazugeben. Die eine oder andere Kaufempfehlung aussprechen und dann freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu diesem Format. Wie Sie sehen, haben wir uns auf diese Duelle und Verkostungen intensiv vorbereitet. Wir haben die ganze Welt nach interessanten Weinen durchsucht und werden Ihnen diese oder ähnliche im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen präsentieren. Wir hoffen, dass wir ab und zu Tipps, Empfehlungen, Kaufempfehlungen oder einfach interessante Diskussionspunkte ins Web werfen und dass Sie diese mit der Zeit aufgreifen und uns vielleicht Feedback dazugeben. Das würden wir uns sehr, sehr wünschen. Feedback ist immer hoch erwünscht von uns, weil dann können wir das Format auch ein bisschen weiterentwickeln und im Sinne unserer Zuseher oder User, wie man so sagt, im Sinne unserer User optimieren. Das wäre wunderbar, wenn uns das gelingen würde, gemeinsam mit Ihnen da draußen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören auf zu reden und stimmen uns ein. Und stimmen uns ein. Ich habe da eine Flasche aufgemacht, was Kleines. Kleines heißt bei uns im Regelfall etwas Kompaktes, was man jederzeit auch beim Weinhändler Ihres Vertrauens erwerben kann. Die Experten unter Ihnen werden vielleicht in der Flasche erkennen, dass das jetzt gelogen war. Kommt im ganzen Format sicher nicht wieder vor. Prost, Prost. Viel Spaß. Gut, gut.